Was bisher geschah Sure, whatever you say I mean it, man You fuck this up, I'll kill you myself Yeah, I get it So what's your plan? You'll know soon enough Hey Leo, you didn't really have an escape plan, did you? What are you talking about? Of course I did I had an idea, I'll give you that I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out, together Yeah, yeah, sure But if it wasn't for me, you'd still be in there Don't forget I saved your ass Twice I don't know about that saving my ass part But I'll give you this You did help out A little bit Ha Vincent A little bit Right What's up, Leo? I need to get up on that roof, can you make it out? What happened? It's gonna cost you You know I'm good for it Just get me up there Hey, Fred What's up? All good What do you want? We got a couple of workers here Need to change the scenery Sorry, we're full I'm sure we could figure something out, right? I guess we could use a few extra hands around here What's up, Leo? I made a whole bunch of things Yeah, hurry up I didn't have all day We're waiting right here Hey Hey See up there? Yeah We need to get up there somehow Alright Oh, Sam The advantages So a little With this on the roof After we get a bottle of beer Okay Come on, Leo Also ich bräuchte ein Abwärter. Okay, die war keine Ahnung nötig. Können wir die ihm reden hier? Ich muss ihn abholen. Den da kriege ich dich nicht hin, abzulenken. Mit dem kann ich nicht mal reden. Warte, ich rede mal mit den Leuten hier, vielleicht kann ich eine Schlägerei anzetteln. Hey, was wissen Sie über die Gäste hier? Was meinst du? Sie wissen, wenn sie Freude nehmen und so. Sie sind nicht wirklich. Sie halten immer ein Aya hier. Warum? Ich bin einfach nicht so großartig. Ja, ich weiß genau, was du sagst. Ja, ich weiß genau, was du sagst. Ja, ich weiß genau, was du sagst. Es ist besonders dieser hier. Er sieht aus wie ein wunderschön. Sie sind alle wunderschön. Sie sind alle wunderschön. Sie sind alle wunderschön. Sie sind alle wunderschön. Wirklich? Wirklich? Der Tarn. Ja. Und du nicht. Der Typ tut es teilen ab der Heirot. Du hast es. So. Also keiner von diesen Ombres konnte mir was Hilfreiches sagen. Also ich kann da hinten ein E drücken. Das war es aber auch. So. Ich höre, du bist der Typ, der weiß, wie Dinge hierher zu holen. Na ja. Es handelt auf, was du willst. Ich habe einen Spieler. Kannst du dir helfen? Was? Entschuldigung, Mann. Der einzige Ort, wo der Rekordspieler ist die Wardens Office. Und wie viel das kostet würde? Geld wird dir hier nicht helfen. Der einzige Weg nach die Wardens Office ist, dass er den Mann selbst getroffen wird. Ich glaube, du hast eine Art und Weise gefunden. Also. Ah, kannst du es abbrechen? Ja. So, wir müssen beide machen was? Erstmal wird hier ein bisschen Gewicht. Wir tun mal so, als ob wir arbeiten. Ah, schön. Immer schön. Ja. Immer schön die gleiche Stelle, Digga. Genau. Wischen. Polieren. Wischen. Polieren. Wischen. Polieren. Polieren. Ah, mit W kannst du nach oben. Ah, okay. Okay, du kriegst schon, deswegen musst du nicht wischen. Ich hör mich da raus. Ich wisch doch nur den Boden. Erstmal abstechen, Digga. Brechst du noch nicht ab. Wischen immer noch wischen? Weiß nicht. Nee, wischen nicht. Egal, ich wische. Egal, ich wische. Ich wische. Hey. Meine Brom ist broken. Dann bleib hier. Okay. Okay. Digga, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Oh ja, stimmt. Nein, ich kann nicht weg. Du musst da auch jemanden. Glaube ich hoch. Ja, 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 ja. Soll ich hoch? Warte, nee, du bleibst da, sonst verdächtigt er dich. Ah, du musst hoch. Ah, Digga. Oh shit. Let's go. Grab my hand. Warte, warte. Ja, du. Du löscht dich halt gern hier im Spau. Du. Was machst du? Nichts. Nur, äh, schau dich um. Ich habe dir eine neue Brom. Komm hier. Klar. Dann komm zurück zum Arbeit. Ja, ich denke. Okay, ich muss nur wieder zurückkommen. Ich kann es nicht nochmal abbechen. Geht nicht? Nein. Okay, warte. Fuck. The guards are looking this way. Man, you better distract them for me. Ah, okay, warte. Nein! Hey, what are you doing up there? Ich bin zu weit rausgelaufen. Get down from there, now! Nein, Digga. Okay, ich dachte, es ist so wie bei anderen Spielen. Nein, du läufst vor denen, aber die sehen dich nicht. Okay, geht ja vorhin. Okay, ich versuche es nicht. Okay, warte. Warte, warte, warte. Alles gut, alles gut. Danke. Hey, kann ich dich etwas fragen? Was ist denn? Schau, Bist du, 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 Was ist mit der Attitude? Oh, Schau, Menschen immer alle Tag machen hier. Einmal nehmen sie sich, wenn du hier im wildes Garten bist. Was war das? Nichts, ich lasse dich alleine. Ja, du musst das machen. Du musst mir die Tür öffnen. Geh zu dem Schwarzen, geh zu dem Schwarzen, der kann Schlösser aufholen. Nee, nee, warte. Ja, easy, Ticker. Nichts leichter als Risse. So, verpissen wir uns, oder? Ja. Ja, easy. So, die Wachen tragen so Anzüge und sowas, geht bei dem fast. Hey, Leo. Ja, man. Was ist, Fred? Ich habe etwas Besonderes für dich zu lesen. Ich hoffe, du magst es. Das sicher wird. Ja. Ja, jetzt wirst du wach halten. Kommt der? Nein, der ist noch da. Da kommt einer gerade zu mir. Warte, hör auf, hör auf. Chill. Warte, hör auf. 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 Oh, das ist das. Okay, weiter. Weiter, 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 weiter. Der Bissler, der Bissler! Oh my god, okay weiter. Okay weiter. Okay, pass. Hau rein. Okay. Kannst du noch weiter machen? Easy. Jetzt kommt der eine gleich wieder. Okay, ich stelle jetzt zurück. Du musst ihn ablenken, du musst ihn ablenken, du musst ihn ablenken, du musst ihn ablenken. Okay, weiter. Okay, hast du mit dir? Ja. 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 Okay, weiter. Ja. 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 Ja, okay. Ja. Okay, weiter geht's. Ich lege ihn ab, warte. Alright, ich bin fertig. Hey, komm her, ich gebe dir ein Tool. Hey, Guard, kann ich dir eine Frage stellen? Mach es schnell. Also, ich gebe dir jetzt gleich die Waffe, dann musst du weiter machen. Warte. Ja. Ja, geh zu Hause. Ist ja okay. Digga, lass mich in Ruhe, Mann. Was willst du die ganze Zeit? Dummahin. Warte, ich guck mal kurz hier rum. Ich will nicht zu Hause, einfach zu Hause. So. Verboten, wach zu bleiben, oder was? Ich gebe dir jetzt das Werkzeug rüber, komm mal an die Wand. Du musst links fliegen. Also, ich schau mal, ne? Ja, schau. Okay, die andere Wachtin kommt wieder. Okay, ich schau mal ein bisschen. Ja. Ja. Ich bin nicht so, wie ich in die Hand geh. Ich bin nicht so, wie ich in den Kommen versuche. Ich bin nicht so, wie ich in den Kommen versuche. Sie hör mal ein bisschen zu Hause. Ich bin echt nicht so, was ich da bin. Die anderen kommen. Ja, ja. Der andere läuft schon wieder. Guck mal auf die andere Seite. Der geht, aber der andere läuft. Also ich werde mit dem anderen ein bisschen mehr reden. Okay. So, ich habe wieder kurz auf. Ich habe schon mal das Team wegbekommen. Hey, Guard. Ja. Digga, wenn du mir hundertmal mit der scheiß Taschenlampe reinleuchtest, kann ich auch nicht schlafen. Hey, er bricht ab. Okay, mach jetzt mal. Geil dich, geheil dich. Und drück Kuchen. Jetzt zurück Kuchen. Okay. Ist sie. Hey Leo. Ja. Ich bin fertig. Okay. All right. Let's wait until the lights go out. Lights out. Die haben nur Lam cash out und sagen, die ganze Zeit, wir sollen schlafen, ja. Gar binnen. Wir sind. Ja, muss ich geben. Okay. Ready? Yeah. Okay. Da haben sie sich nicht viel gedacht, als sie diese Toilette gemacht haben. Wo soll die Scheiße hingehen? Warum haben sie da diese Wand? Ich wollte es gar nicht haben. What the fuck? Ah, it's disgusting. Lauf, lauf, lauf. Ich muss hier. Was? 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 Ah. Hm. Wir haben irgendwas nicht gesehen. Wahrscheinlich müssen wir nur das in den Lüftung schaffen. Ah, hier. Hier, hier. Leo, ich brauche Hilfe hier. Ich brauche Hilfe. Ah ja, wir tun den Lüftungsschacht, glaube ich. Oder wir brauchen das, um die Tür aufzumachen. Ich brauche das, um die Tür aufzumachen. Ah doch, guck. Du musst die Lüftung stoppen hier. Ja. Ventilator auseinandernehmen. Okay. Okay. Und jetzt musst du den Schahler ausdrücken. Ja, ja. Ich brauche Hilfe mit der Tür. Geh raus. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Und dann muss ich die Tür aufzumachen. Wie soll ich da rüber gehen? Hä? Ich kann das alleine tun. Geh raus. Ich kann nicht. Du musst den Fan zuerst stoppen. erst warte nein schau mal schau dich mal auf hier nicht alles gut achten ein schattel kommst du so da hilft ihm alles deutlich aufzumachen schluss so ja und das dort Ja, ist ja okay, Blüft. Ist doch ein Aufzug. Digga, leichtester Gefängnisausbruch ever. Ja, wohl ich auch war da. Fast war das Problem beim Prison Break, ich versteh's nicht. Der hat das ganze Ding, Gefängnis auf, äh... Ja, die haben direkt, Digga, dritte Weltkrieg verwendet. Hast du Prison Break geguckt eigentlich? Ja, aber nicht ganz, bis die ausgebrochen sind und dann... Ja, ich auch. Der Typ kam öfter ins Gefängnis als Geburtstag. Was denkst du? Ich hab die Schafe. Okay, lass mich hören. Okay. Wir müssen einen Weg in diese Runde finden. Als wir das tun, können wir die Schafe in hier. Das klingt so leicht genug. Das Problem ist, dass sie nicht Inhalte in da lassen. Du denkst, wir können irgendwie rausziehen? Ja. Aber wir werden die Lohnsäu zur Handeln musst. Als wir die Schafe, einen von uns schien in ihm mussten schacağız. ... 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 Das heißt, wir gehen erstmal wieder zurück in unsere Zimmer. Ja, wir nehmen die Laken mit. Ach, oh mein Gott, die sind ja schon raus. Ja, wir sind jetzt schon bei der Wäscherei, jetzt müssen wir in diese Waden reingehen. Aber davor müssen wir ins Laken holen. So, bei dir liegt ein Laken. Warte, mach kurz. Geht hier irgendwas? Ich schlabe kurz mit der Gehe. Hey Gart, kann ich dir was fragen? Ich habe nicht Zeit für dich. Warte, muss ich dich erstmal in die Waschmaschine stecken, oder? So, wie ist das Lager-Business? Was? Ich mache nichts. Wo ist dein Gefühl der Humor, Mann? Hey, willst du mit mir schlafen sein? Ja, das ist, weil ich ein freer Mann diese Woche bin. Ja, das ist, weil ich mich auf die Nerven gehen. Soll ich? Ja, mach. Ja, ich mache das. Ich mache das. Ich habe ein schlechtes Tag, weil ich da das verdammelige Gehe. Ja? Ja. Ich mache das. Ich mache das. Hey, ich mache dein eigenes Karte. Okay, ich mache das. Hey, wassup? Was ist das? Was ist das? Ich habe das. Ich habe das. Ich mache das. Was ist das? Ich habe das. Ich habe das, bei einem Hammer-Business. Aber ich habe einen Tag verwникаiert. Das ist nicht nur ein Tag. Deshalb hast du die Teile aus, Mann. Das ist eingeladen. Einmal die Teile aus. Das ist viel mit 30 Scheun. Ich bin hinter den Menschen. Nein. Nein, ich bin nicht. Ich brauche das. Aber wir brauchen doch zwei oder nicht? Ah ne, warte. Einer von uns muss da nur rein. Okay, jetzt brauche ich ein paar Lack. Gain access to backlink. Gain access to backlink. So. Ist das nicht ganz klar? Ist das nicht ganz klar? Okay. Ähm. Ich kann hier nicht gehen. Die Leute mich sehen. Ja, chill daneben. Komm mit. Wild da vor den Garten. Das Ding rein. Richtig unauffällig. Ja. Vielleicht bin ich schnell genug und die sehn sich. Ich habe mich nur noch ein paar Jahre alt. Ich muss da sein. Ich weiß es. So. Es ist wirklich ein Scherz. Ja. Es ist wirklich zufrieden. Es ist wirklich zufrieden. Es ist einfach zufrieden. Ja, ja, ja. Okay. Es ist immer so zufrieden. Oh man, shut up! Okay, see what we have here. Alright, looks good. Get out of the way. Okay, time to get rid of that guard now. What are you doing? Get the hell back to work. But there's a problem with the washing machine over there. Oh yeah? What's the problem? It's broken. I don't know. Doesn't look broken. Stop lying. Get back to work. What are you doing? Get the hell back to work. But can't you see there's a fight going on over there? Where? The people over there. What? They're not fighting. Stop lying and get back to work. I might be able to climb this with Vincent's help. Okay, I need your help. Yeah, but I'm coming. I have to do something wrong. Provoke. Ah, okay. Hey, you think it's okay? What he just said? What'd he say? He said something about your mother. And let me tell you, it wasn't pretty. Hey, hey asshole. You talking shit about my mom? I don't know. I don't know. What the fuck you said to me? Come on. Come on. Come on, get them up. Come on. You little bitch. What the hell? Break it up, guys. Stop. Enough. Get out of the way. Come on now. Get off each other. Stop. Okay. Go, go, go. Go, go, go. Oh shit. No. Take off. There's the vent. Now we need to put the sheets into it. Come on. Hand me some sheets. Okay, I'm going to go. Yeah, I'm going to go. Chill. Give me some sheets, will you? Yeah, yeah, yeah. I'm coming. Okay. Okay. Ich I'll do it. Yay. Others. I think we can do whatever you want. You can't do it. No problem. We're just doing it. Yeah, okay. We're just doing it. Ich glaube, ich habe einen schönen Tag gesehen. Ich glaube, ich habe einen schönen Tag gesehen. sich wir sind schon auf dem Gefängnis auswalt die Klinik so ein Handy oder sowas nichts nicht ja drückenprobleme sind bei der Kampscheibenvorfall ist da Da bleib ich nur im Cluster, sonst bin ich im Rollstuhl. Okay, Bruder, kurz und nicht vorher. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Das ist okay. Was ist hier? ich komme hier runter? ich bin überrascht, dass du denkst, dass du eine schwarze Umgebung schmerzt bist. was machst du denn? ich weiß nicht, wie ich zu dir komme. wie kommst du da runter, Alter? also warte, ich muss genau ausmachen hier. also warte, ich muss genau ausmachen hier. bist du jetzt lustig? nein, ich sage nur Fakten. du wirst in echtes Scheiß. f*** dich, Mann! mach einfach von da Licht zu mir. geh weiter nach rechts, ja. jetzt leuchtet er zu mir, auf die Systeme. eine Valve! go check it out! hey, das Wasser wird getrennt. see if you can find an opening. hier ist die. na 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 na... so. hey, Vincent! ich brauche etwas Licht hier hier gemacht, Leo. hier, Bruder. enthält. Es sieht aus, dass der Wasserflug den Wasser stoppt. Vincent, gib mir das Licht. Ja, nimm. Also die Tür von der anderen Seite. Ja, ich muss erinnern, dass er... Hier links, da bist du. Ja. Habe ich vor wahrscheinlich jetzt mal was hinaufzubrechen. Das sollte funktionieren. Alter, das ist so schwer links. Boah. Oh shit. Das ist ja fast so, als ob ich Arthur spiele. Okay. Es ist lockt. Vincent, hilf mir. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich hoffe, dass hier keine Rats sind. Wahrscheinlich ist. Ja, wie ich gesagt habe, wir haben nicht. Ich hoffe, dass hier nicht. Du bist nicht Rats, bist du? Ich bin. Ich bin nicht. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Sie sind. Ich bin. Ich bin. Nö. Okay. So. Ich sehe nichts. Aber da steht da. Das steht, Area A. Okay. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Warte. Waaah. Labyrinth. Garten, da unten. Okay. Chill, chill. Hier ist über uns. Hier ist was. Was für eine Tür. Digga, die machen aber auch mit Lärm, ne? Ja, Mann. Das die machen über uns. Lass ihn eine Blechtür runterschmeißen. Ich bin hier. Du bist immer wieder. Ich bin hier. Ich bin hier. Das ist bei Ihnen. Das ist ein Schluck. Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Das ist nicht so gut. Ich bin hier. Wir müssen das als Kind immer wieder machen. Du bist verrückt. So, jetzt. Komm. Komm. Fick mein Leben. Oh, shit. Oh, mach du. Uh. Jetzt. Jetzt. Mach du einmal. Jetzt. 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 Bruder, das müssen wir in real life probieren. Wir drücken einfach E. Dann klappt es schon. Einfach E drücken, dann klappt es schon. Easy. Alter. Und da läuft die Wache vorbei. Ja, schweißegal. Gib mir den Blumen und der Blatt Papier und ich mach den ARK draus. So krass sind wir gerade. Die Wache wäre schön. Es ist nur ein Ort, wo du das kannst. Ja. Ja. Dammit. Was ist dein Plan? Es ist mein Plan. Und ich entscheide, was geht. Du hast das? Ja. Wie geht's completed hier? Komm schon영! Die Erde ist richtig.